Hallo Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3 vom AR-Klamm. Heute spiele ich mal Assassin's Creed 3 und ihr könnt wirklich überall hochklettern, wo ihr hochklettern wollt. Auf Bäume, überall auf Häuser und könnt halt alles auf so einem Parcours-Style machen. Hier, ich zeig's euch am besten mal. So reden ist ja schön und gut, aber ihr könnt zum Beispiel auf einen Kamin hoch. Es ist halt einfach geil hier, hier auf dem Baum. Ups, das war nicht so gut. Ja, ich bin jetzt hier gerade in der Stadt Boston. Ja, da gibt's alle. Da gibt's Siegen hier, hier steht's schon. Ja, das kann ich hier auch zum Beispiel hier alles markieren. Rot bedeutet natürlich Feinde. Rot darf ich töten. Ja, auf jeden Fall. Sehr geil. Ich kann's euch am besten mal zeigen hier, wie ich die Feinde töte. Am besten geht ihr da hin. Ja, das könnt ihr jetzt zum Beispiel hier. Ja, von hinten. Fuck. Oh je. Ah ja. Ihr könnt natürlich auch die Körper tragen. Warte. Und natürlich die Körper plündern. So. Das hier ist es, dass ich jetzt den Körper trage. Das meine ich jetzt halt. Und könnt ihn halt einfach hinschmeißen, wo ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch Ziegen abknallen, wenn ihr wollt. Warte. Ja. Wie geht denn das? Ja, hab's gerade vergessen. Na, der Ziege tun wir mal nichts, wenn man lieb heute. Ja, auf jeden Fall. Hier könnte ich das Maisfeld laufen. Und die Atmosphäre, die kommt einfach rüber. Schaut sich einfach an hier. Süße kleine Ziegen hier. Schäfe. Schafe. So. Ups. Ich muss ihn noch ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. Aber dann, denke ich mal, ist das kein Problem. Ah ja, Assassin's Creed. Tolles Spiel, muss ich sagen. Ja, das hier ist das Adlerauge. Das habe ich immer dabei. Ich kann jetzt zum Beispiel hier hochjumpen, wenn ich Lust habe. So. Jetzt hat man hier ein Problem. Weil hier eine ganze Armee ist. Wow. Ja, gegen so eine Armee zu kämpfen, ist natürlich schon ein bisschen schwer. Wobei man eigentlich keine Chance hat gegen so eine Armee, muss man sagen. So. Ja, wir versuchen einfach mal gegen die Armee zu kämpfen. Kann schwer werden, aber... Alles machbar. So. Jetzt haben wir ein Problem. Die Schützen haben Waffen. Ganz gefährliche Sache hier. Das Feeding kommt einfach rüber. Oh. Oh. Und ja. So. Das gleiche machen wir hier hoch. Hey Jock, was hat euch gefallen? Das kleine Spiel hier. Es ist ein Greedo Eye. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ich gerne helfen. Hier ist 3D, YouTube Gamescom. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. See you later, Adegada. Euer YouTube Gamescom. Ciao. Ciao. Na, na. revisseller.